Zuko ist so alt, alter, 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 alter. Wie verdammt cool aus. Ja. Was ist die jetzt nicht so weit drin, aber es sieht cool aus. Alter, mein Gott. Alter. Alter, alter, alter. Alter. Sieht so verdammt cool aus. Sieht so verdammt cool aus. Das Team hat einen wirklich tollen Job adaptiert. Susano, wie er sich in die Fähigkeit befindet. Und, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber es ist komplett was Neues. Und, ja, da sind wir jetzt, wir haben Han, unser loyal-Driver in-game. Und, Anna, ich lasse dich das weg, als wir durch die Erdnungen gehen, zu sprechen, um ein bisschen über die Animation-Werke, die ihr euch in die Haut gelegt habt. Ja. Also, Susano hat zu Beginn nur eine Sorge, also etwas, das wir in 4.0 wollten, was in 4.0 war. Und, ja? Oh, der Marder, ist auf dem Boden. Jumpy-Shumps, der Mango. Alter! Der von, äh, Horror. Also, äh, von Bullen. Und seinem Bruder. Also, er ist vom Boden sogar. Ich glaube, es ist auch in seinem 1, er hat es auch in ein paar Emotionen, aber er hat es auch mit den Effekten, es ist so cool, besonders mit dem Ult, und ich bin gespannt, dass wir die Animation da sehen. Es ist einfach krass, es ist unglaublich. Es sieht sehr cool aus. Es sieht verdammt cool aus. Aber auch schon mit dem Doppelschwert und sowas, es ist unglaublich. Alter, 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 es ist so krass. Es ist so geil. Es ist eine Animation, die Zuko macht, wenn er mit Zula kämpft. Es war so cool, dass diese Animation von Zula 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 von Zula. Ja. Das sieht wie auch in der Serie immer wieder mal. Das ist so cool, das ist einfach nur so cool. Ja. Das ist verdammt cool, dass er auf der Emotionen sowas ist. Das ist unglaublich. Alter, es ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so geil, das ist so fucking geil. Oh, das ist Momo und ähm... Fuck, wer ist das? Ähm, Momo und... Hm, ich weiß es nicht, aber nicht. Scheiße. Momo... Ja, das ist wirklich so schön, schade. Original Kora... Oh, das ist sehr cool. Na. Das war sehr cool. Na. Hoffentlich passiert... Jeder, wie erfolgreich es wird, hoffentlich passiert. Also, es wird überschrieben erfolgreich. Hoffentlich... Ich versuche dich an einen Agni Kai. Feuerbinden in und von sich selbst ist nicht etwas, was zu Angst haben. Aber wenn du es nicht respektieren, wird es dich aufreißen und dich ausreißen, wie ein wütter Komodo Rhino. Okay. Cool. Das hat es für Zucco und Susano. Und ist es noch etwas, das du noch willst, zu zeigen. Weil ich weiß, du hast viel Arbeit in, und du hast einen Punkt gemacht. Ja. Ich meine... Ich bin einfach sehr glücklich, für alle, die da rein kommen, und, wie, seine Emote machen. Seine Recall, die Louis gemacht hat, ist unglaublich. Die Taunt-Emote, die Tori gemacht hat. Ihr werdet das alles sehen in den Videos, die ich extra zu machen. Die machen das alles immer so kurz, wenn ich so mit dem schade. Aber... Wir dürfen noch solche Videos da nochmal extra. Ja. Da ist so viel Arbeit drin, und es hat nicht... Alles kommt neu. Ja. Das ist so cool, das ist so cool, verdammt cool. Es ist so cool. Oh ja. Es ist so verdammt cool. Alright, let's move on to the next one. Cora Scotty. Moin, hallo. Oh, Katja. Cora, Cora, Cora. Ich freu mich so hart auf Cora. Ohne Witz, Cora ist so geil. Moin, by the way, moin. Kat, Kimaki, hi. Ja, ja, ja. Und sie sieht so cool aus. Sie sieht so cool aus. Oh mein Gott. Es ist so geil. Also ohne Witz, es ist so cool, es ist so cool, es ist so cool. Ich freu, Alter. Er ist riesig. Oh, Naga ist so riesig, es ist so cool immer. Also natürlich ist Naga eigentlich ein bisschen größer noch im Game. Aber, ähm, oh, wow. Aber er ist viel größer als Calder. Warte, ah, oh, jetzt macht sogar Feuer. Alter, geil, ich hatte mir Sorgen gemacht, dass sie, äh, die jetzt nicht richtig, also die irgendwie nur Wassermürding machen oder sowas. Naga ist so cool, also, äh, ohne, ohne Witz. Ähm, es dürfte im Juli, Anfang, Anfang Mitte Juli. Also so, so, so Anfang, bisschen, bisschen länger als Anfang Juli gekommen, alles. Ähm, genau, genau Daten dürften auf der Website stehen. Oh, sogar Erde und Luft wird in ihrer Ultimate benutzt. Wie sieht ihre drei aus? Ähm, ich weiß leider auch nicht, aber ich würde sagen, Anfang, Anfang Mitte Juli. Also so Anfang, kurz vor Mitte Juli dürfte es sein. Es ist verdammt, also ohne, ohne fucking Witz. Es ist so, es ist so cool, es ist so cool, es ist so cool, es ist so cool, es ist so cool. Oh, und Eis auf dem Boden, es ist so cool, es ist so cool, es ist so cool, und Luft und Erde wird in der Ultimate benutzt, es ist sehr cool. Oh, ich freue mich, dass du hart trauen, Leute, ihr wisst nicht, ihr wisst nicht, ihr wisst nicht, ich wisst nicht, es ist so cool. Korra ist ein Avatar, so, you know, Zuko's moves were all fire themed, but specifically for the Korra skin, we specifically wanted to highlight bending of multiple elements throughout her kit, so you see her one projectile is a fire projectile, her basics and her two are water, her, her basics and her three, I'm sorry, are water, it's a water pool, and her ultimate is a air swirling rocks tornado. Also, es ist so cool, also ohne Witz, es ist so verdammt cool. Oh, oh, Alter. Oh, warte, möchtest du es sehen? Oh, oh, nein, nein, oh, 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 mein Gott. Haben sie nicht gemacht, haben sie nicht gemacht. Oh, mein Gott. Das ist viel zu, zu soon. Oh, mein Gott. Oh, 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 das ist schmerzhaft, das ist sehr schmerzhaft, das ist so verdammt schmerzhaft. Alter, nein, oh Gott. weil sie es so, dass sie das alles verloren hat. Oh, 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 oh. Legend of Korra ist so gut, Leute. Falls ihr nicht geschaut, euch die Serien, ich habe, oh, ich habe den a paar Tagen durchgeschaut, Als letztes Jahr. Und ich war so, ich muss das alles mal schauen. Oh Gott. Und das Original-Core-Vice-Pack. Ja, alles nur ein Battle Pass. Siebenhundertfünfzig Gems kostet das Ganze. Man hat einen Prestige und einen normalen Rang. Alter. Alles nur für... Siebenhundertfünfzig Gems für solche Skins. Und so viel mehr Kosmetik-Einkünste und sowas. Alter. Ich bin so hyped. Das ist so krass. Es 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 ist so krass. Wie sieht Aang aus? Ich kann sie so gut verstehen. Ich freue mich so hart auf Korra. Also, ich liebe Korra. Es ist so cool. Ja, ja, das ist halt wirklich. Es ist aber auch viel, viel mehr in Mutsch und sowas mit ihm. Er hat der Merlin komplett neu gebaut. Er ist nicht sein eigener Charakter. Es ist alles nur in einem Battle Pass. Alles in einem Battle Pass. Für siebenhundertfünfzig Gems. Oh, ich muss das Spiel jetzt so lange spielen, bis ich alle sechstens habe. Und wenn ich das nicht am Ende nicht habe, kaufe ich mir das. Ist mir scheißegal. Oh, mein Gott. Alter, ich bin... Alter. Ich glaube, so halb zu gehypt war ich noch nie mit... Also, ohne Witz zu gehypt war ich noch nie für Smile. Also, es ist so... Oh. Und die... Es sieht so krass. Also, ohne Witz, die Animationen sehen so geil aus. Alles ist komplett neu. Alles ist komplett neu. Oh. Ja, und das stimmt. Ich habe auch gerade eben wieder Avatar. Also, äh, Avatar, Lars Aben, der letzte, äh, ja, Herr der Filimente. Ähm, und, und, das habe ich vor kurzem erst gesehen. Oh. Ganz kurz. Ich werde da sowas von Videos drüber machen. Ja, für sicher. Ne, 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 äh, Ruby war das erste Crossover. Beziehungsweise, äh, also, Ruby, was schon drin? Ähm, wie heißt das? Also, Ruby, Bob Ross, war drin. Dann ein Football-Player. Also, Michael Football. Ist für ein Vermannerskin. Ähm, ja, das sind glaube ich die Sachen, die schon drin sind. Alter, das... Und auch der Boden. Der Boden ist, 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 ist auch ein Zeichen. Alter, sieht das cool aus. Na. Oh, mein... Oh. Sieht das cool aus. Und oh. Oh, sind, 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 sind die Feuerdrachen. Sind die Drachen. Oh, mein... Alter. Alter, sind die Drachen. Das sind die Drachen. Oh, mein... Alter. 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 Hihihihi. Sieht das krass aus. Ganz gut. Oh, mein... Das ist so wert, alles durchzuschauen. Ich werde... Alter, ich werde 20, 30 Minuten Videos über die ganzen Skins machen. Und Alter, die Drachen... Also, die sind halt einfach die Drachen aus dem letzten Buch. No, 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 no. Oh, Gott. Alter. Ist das krass. ganz kurz. Alter, fuck. Ist das krass. Oh. Alter. Na. Und das wird jetzt so oft passieren. Oh, das wird so oft passieren. Oh, beim Springen hat er auch seinen... Oh, beim Springen hat er seinen Gleiter. Oh, Alter, der Gleiter. Sieht so cool aus. Ich bin so gehyped. Der Clap-Emote? Oh, nein, er hat das nicht. Oh, nein. Er hat das nicht. Okay, er hat das nicht. Er hat das nicht. Du kannst nicht alle Emote sagen, du kannst das jetzt schiessen. Das funktioniert auf ihnen? Oh, okay. Oh, okay. Das wird nur ein Spaß für euch. Ja. Aber ja, wie ihr könnt ihr sehen, ein tonne Arbeit ging in. Also ohne Witz. Das ist so krass. Das ist so verdammt krass. Das Team hat so viel Arbeit in. Und wir sind so glücklich, dass wir das haben. Das ist so verdammt krass. Oh, okay. Also, ja, los geht's und hör' uns an das Ang Merlin-Voice-Pack. Wahrscheinlich wissen wir, wie sie sich anhört. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Was machst du hier, um Spaß zu sein? Wenn du ein Bender bist, musst du Angst zu lassen. Das ist das Ag Merlin-Voice-Pack. Oh, Alter. Und auf dem Boden ist Na... es gibt noch einen Sprung. Oh, die Cosmetics. Ich freue mich so sehr auf die Cosmetics, genauso wie ich mich auf alles andere freue. Das ist halt nicht normal. Alter, Alter, oh mein Gott. Das ist so cool. Oh, Appa und Naga, okay. Appa. Das sieht so cool aus. Das ist jetzt... Rava und Ura... Una Rava... Una Rava und Ura Vatu. Ähm, nein, also... Ja, also du musst halt einfach das normale Voice-Back für Burn-On haben. Da hast du das Voice-Back dazu, natürlich. Oh, ja, My Cabages. Du musst jetzt sagen, ganz normal das Voice-Back für den Gott haben. Und davon dann hast du natürlich auch die Voice-Back von den Skins. Ja, das ist halt... Es ist ein bisschen schade, aber für mich ist das kein Problem, weil ich einfach alle Voice-Back habe. Aber es ist ja trotzdem für andere jetzt nicht so weit drin geil. Das ist wirklich verdammt cool. Ich muss mal sorgen, dass der Prestige-Track so lange dauern sollte. Alter, das sieht so cool aus. Es sieht so verdammt cool aus. Und es ist auch erst im Style gehalten. Es ist ja alles im Stil gehalten wie die Serie. Und... Alter. Es ist so geil. Alter, sieht das cool aus. Es sieht so verdammt cool aus. Es sieht so verdammt cool aus. Oh, mein Gott. Alter. 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 Ich verstehe sie so gut. Es ist so cool. Es ist so verdammt cool. Also ohne Witz. Es ist so verdammt cool. Oh Alter, das ist Kartart. Das ist Kartart. Alter, sieht das krass aus. Ohne Witz. Das Kartart ist... Alter. Alter. Das klingt so krass aus. Ich freue mich so sehr auf Korra. Sie ist so cool. Sie ist so verdammt cool. Also Korra ist so cool. Ja, aber es sieht so cool aus. Und da hat sie auch die kurzen Haare wie am Ende. Alter, ist so cool. Oh, dankeschön. Aber es ist... Also es ist halt nicht nur einfach... Ich freue mich da so hart drauf. Ich hatte einfach... Nachdem das gezeigt wurde, der Trailer zu kam, ich bin komplett ausgerastet. Es ist einfach so geil. Es ist so verdammt geil, diese Skins in-game zu haben dann bald. Es ist halt... Es ist so cool. Ich freue mich da so hart drauf. Also ohne Witz. Das ist das Geilste, was in zwei Dienern passiert ist. Also es kann eigentlich nicht... Wenn jetzt Jesus geändert wird, das ist nicht so interessant wie Avatar. Und wir brauchen... Alter. Wenn man da überlegt einfach, dass am Anfang eigentlich acht Skins geplant waren statt nur sechs. Es ist halt traurig, dass wir die letzten zwei Diensten verloren haben. Aber es ist halt trotzdem ganz schön geil. Also vielleicht... Wenn die Kollaboration gut läuft, könnte es vielleicht noch eine weitere geben. Und das wäre halt so krass. Das wäre so verdammt krass. Ah... Oh, das ist... Das ist... Das ist... Das ist Anspiel auf den letzten... Ja. Auf den dritten... Ja, ja, ja. Ja, sechs Skins von Avatar. Hast du mitbekommen. Ähm... Also... Jeweils zwei Skins... Für Murdon... Für Murdon... Susano und... Und Skadi. Halt Prestige und Normal-Track. Das sind ja sechs Skins... Das sind ja sechs Skins halt natürlich. Also es sind ja keine großen verschiedenen Skins, aber es sind sechs... äh... sechs Skins. Und eigentlich waren geplant, dass es acht sind. Also die wurden acht Skins von Avatar meint. Die Animation sind ja auch... Oh mein Gott... Der Rücken... Oh... Ja, von Asula. Die Bitch. Das sieht so cool aus. Es sieht so cool aus. Es sieht so cool aus. Es ist so cool. Ja, ja. Das muss man wirklich... Asula ist so ein Arsch. Wollte ich mal was trinken. So. Dann können wir uns hier nochmal den Patch anschauen an sich selber. Weil den habe ich jetzt noch nicht genau gesehen. Aber erstmal... Warte, ich mach mal die Sachen größer. Ähm... Können wir uns die... Alter. Ich spinne dich herum. So. Hier sind die sechs Skins, by the way. Also einmal... Es sieht... Es sieht so... Es sieht so cool aus. Es sieht so cool aus. Aber einfach... Das ist beim... Am Ende des Spiels... Am Ende des Spiels... Äh... Am Ende der Serie, glaube ich, hier beim... Äh... Publica City ist... Äh... 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 So... Wo... Wo der Blue Spirit... Unterwegs war. Es ist... Ah... Und... Also... Das... Das ist nicht mehr als Hintergrund. Das ist nicht mehr als Hintergrund. Das ist nicht mehr als Hintergrund. Hahahaha... Warte... Äh... Äh... Öffne das mal bitte. Äh... Hier... Hintergrund. Ja... Hahahaha... So... Ich kann den Sack wieder öffnen. Es ist also... Ohne Witz. Hahahaha... Hahahaha... Es sieht so krass aus. Hahahaha... 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 Es sieht so krass aus. Also... Alter... Ich... Hahahaha... Die anderen Skins... Natürlich einfach auch... Es sind so viele Skins wieder... Es kommen jetzt... Es sind so viele Skins reingekommen... Jetzt einfach nur... In einem Patch... Ne... In einem ersten Patch... Hahahaha... 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 Ich find der... Isonami-Skin sieht auch verdammt... Also der... Der Skins sieht auch verdammt cool aus. Ähm... Natürlich... Ich find's einfach schon... Natürlich kann er nicht so in-game aussehen, aber... Äh... Es ist halt... Es ist halt verdammt cool. Wirklich. Ähm... Also... Hier das... Das... Argus Visual Update ist auch wirklich cool. Ja... Das muss man auch nicht sagen... Ich find... Ich find... Ich bin auch... Also ich find Isonami ist cool... Also die Fähigkeiten sind... Es ist halt... Es ist halt... Es sieht krass aus... Ohne... Es sieht alles... Es sieht pur... Ähm... Es ist einfach auch sehr simpel... Vom... Vom Spielster hier... Äh... Ähm... Ja... Oh warte... 3-Track-Rewards... Ähm... Hier ist der Beidepas erstmal... Team Avatar Jumpstamp... Das ist ja cool... Pabu... Pabu ist... Pabu ist so geil... Also Pabu ist der... Der... Das ist das Frettchen von... Das Feuerfrettchen... Äh... Nein... Es gibt keinen Cthulhu-Skin... Es gibt keinen Cthulhu-Skin... Es gibt... Äh... Die Avatar-Skins... Äh... Kumbakana... Raijin... Izanami-Ares... Cthulhu kommt wahrscheinlich dann im nächsten Patch... Die machen... Äh... Also entweder immer nächster... Also immer... Äh... Am herauffolgenden Patch... Oder am Patch danach nochmal... Ähm... Wie auch schon bei... Äh... Baba Yaga hat das Glück, dass sie sofort einen Skin bekommen hat... Aber Cthulhu... Ich denke jetzt mal, dass Cthulhu im... Äh... In dem Eventen... Äh... Warte... Warte... In dem New Moon Event... Warte... Äh... Im New... Im New Moon Event neue Skins bekommen wird... Würde ich jetzt mal so sagen... Würde ich jetzt mal so sagen... Weil... Ähm... Warte... Welche Skins sind Teil des New Moon Events? Würde es Twisted Jog... Ja hier... Kumbakana und Skurkan... Kann ich mir gut vorstellen, dass... Dass die... Dass... Dann auch... Äh... Hier... Cthulhu in dem Event bekommen wird... By the way... Das ist das Event, das auf Tsukiyomi... Hinarbeitet... Ähnlich wie bei... Äh... 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 Also es baut sozusagen auf und der Charakter wird... Sehr wahrscheinlich eine Story haben und sowas... Wie sie... Wie es in Smite reingelang ist und sowas... Äh... So... Avatar... Okay... Pabu... Oh... Avatar... Avatar... Ah... Es ist... Agensuke und Korra announcer back... Das ist übertrieben cool... Äh... Anime... Äh... Pfff... Ich muss das... Ich muss das ingame sehen... Ich muss das so ingame sehen... Es ist halt... Es ist... Mhm... Mmh... Äh... Mh... Halt... Hahahaha... Oh... Gott... Ich bin das so... Ja... Ja genau... Ich bin da so halb drauf... Gott, ich bin das Oh Gott Es wird so geil, es wird so verdammt geil Weil es einfach ohne Witz Ich freu mich da so hart drauf Und Dieses Es sieht so krass aus Es sieht so krass aus Es ist halt, oh my god